Hallo Freunde, herzlich willkommen zurück zu The Rift Breaker. Wir sind ja immer noch massiv mit Upgrades beschäftigt. Und hier haben wir die Feuer sind. Weil wir wirklich viel zum upgraden haben. Was ist das eigentlich mit dem Atomkraftwerk da unten? Macht das schon was oder nein? A new technology has been developed. New Blueprints are available for crafting. Ah ja, und das kann man natürlich upgraden auch. Boah, 5 Minuten dauert das Upgrade, alter. Krass. Wir brauchen noch mehr Energie, weil wir haben noch haufenweise Carbonium-Synthetisierer. Und weil wir dermaßen viele Upgrades haben, dass wir jetzt nie fertig werden. Jetzt brauchen wir natürlich auch irgendwo die Energieleistung. Jetzt müssen wir sich irgendwo auf die Energie herbekommen, um die alle zu versorgen. Dann können wir vielleicht noch mehr von denen hier bauen. Die bringen ja auch immerhin 150 Energie. Ah, die sind schon abgegradet worden. Die werden nur scheiße Sonja passt. Aber wir können ja gleich wieder ein Upgrade machen. 3 Minuten. Ich muss nicht auf das Atomkraftwerk warten. Wie viel Energie produzieren wir das dann? 1.500, 2.250. Wow. Also das lohnt sich das Upgrade. Wie viel Energie geht. Da braucht da gleich noch mal ordentlich mehr Energie raus. Hier machen wir den Test hier noch einmal in der Reihe. Die Luftkraftwerke. Aufkü Jared. steeds wir w success Anakonfeld wird. Und wir haben die 10.000 könnte es USD beginn. Nein, wir haben nichts zu erreichen. Eine neue Technik werden gebildet. müssen wir das jedes mal neu ja müssen wir aber ohne ferdonit kraften kompletter ich nicht das schaut ja auch noch raus der energieler hält sich aber gut So, jetzt also hier den Platz auch ein bisschen ausnutzen für noch mehr Energie. Okay, unter 9.000 schützen wir schon, aber unter 8.000 werden wir nicht mehr kommen, aber das will ich nicht so. Über 8.000. Oh, ja, unter 7.000 schafft das nichts. Aber, uh, wir haben fast keine Energie mehr. Die Saturnkraftwerk ist auch noch immer nicht fertig, start noch eine Minute, scheiße, wir werden gleich keine Energie mehr haben. So, jetzt geht sie nicht aus. Auch das noch. Gleich mal auf 100.000 Energie. Energie. 90. 80. 70. 60. 50. 40. 30. 10. 10.000. Und... Wir haben Energie, Mange. Und die Sonne ist wieder da. Energie plus von 16.500. 500. 500. 600. Also klar, das Atomkraftwerk ist jetzt auch fertig natürlich. Na ja, wie viel braucht das eigentlich? 4 Uran pro Sekunde, dann können wir ja noch mehr von denen bauen. Und dann können wir ja hier noch ein zweites hinsetzen. Und dann können wir ja hier noch ein zweites hinsetzen. So, wir wollen jetzt aber auch ein bisschen Sicherheit haben. Und dann können wir mal schauen, dass wir noch ein Upgrades machen können. laufen dann in der Fall. Und dann können wir nicht die Kraft aufgeben. Dann könnten wir nicht die Kraft aufgeben. Dann können wir nicht die Kraft aufgeben. Dann können sie alle abgräben. Perfekt. Scheint aber kein großer Angriff zu sein. Aber warum haben wir eigentlich hier noch keinen Hader? Ah. F*** mir. Ich habe doch keine Angst. Ah, was ich? Was? Was ist meine die Frage? Ja, was ich? Abwärts. Ja, was ich? Ja, was ich? Ja, ich hab's. 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 Oh, das war's. Oh! A new technology has been developed. New Blueprints are available for crafting. Research completed. Oh, neue Panzerung. Das geht natürlich nicht. Oh, das geht auch nicht. Mann. Okay. Schau mal da unten auf mein Atomkraftwerk. Fast fertig. Okay. 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 Heipzer haben wir. Eine Minute noch. Eine neue Technologie hat sich entwickelt. Hier gibt es noch einen Upgrade, aber das machen wir nicht. Boah, Wachtürme können wir jetzt upgraden. Gut, können wir nicht, weil wir... oder? Ach, was kommt denn? Gut, gut, gut. Da wird's auch nicht überall durchziehen. Ah, geht ja nicht mehr. Kein Kobold mehr. Okay. Okay. Ab zum DLC. Haben wir hier noch... Ach, acht Minuten. Warte, was? Warte, was?